ok hier noch mal in deutsch ich habe jetzt alle drei zellen zusammengebaut habe mal kurz ein bisschen power auf jedem von meinem netzteil jetzt im augenblick sind bei 4,73 volt also meine batterie ist gleich alle hier sehe ich gerade vom akku zeige euch noch mal kurz das ist doch sehr nett hier allerdings gehen die ziemlich schnell runter auf 2,58 volt noch eine weile wo dann die led dann doch ziemlich schnell ausgeht wird jetzt noch eine vierte zelle brauche ich habe jetzt hier wie gesagt drei zellen in serie geschaltet und 2,69 volt also das ist schön ganz gut um ein buch zu lesen nachts so muss ich sagen müssen halt die oberflächen von der von den karbonfaser noch ein bisschen aufrauen und auch das aluminium dann dürfte es noch ein bisschen besser funktionieren so jetzt leider hier so ein bisschen an der grenze ok wird mal ausmachen sonst schaltet die batterie ab sonst ist der film wieder weg ok bis dann